Champions League Traum aller deutschen Fans? BVB Boszatka hat schon die Revanche im Kopf. Die FC Bayern München und Borussia Dortmund sind ins Viertelfinale der Champions League eingezogen. Hans-Joachim geht etwas tiefer. Ihr Gegner steht nun fest. Update Form 15. März, 13 Uhr 1, die Paarungen im Viertelfinale der Champions League stehen fest. Die deutschen Mannschaften FC Bayern München und Borussia Dortmund vermieden ist zunächst. Gegen die Topstars Manchester City und Real Madrid anzutreten, doch Champions League Auslosung, alle Viertelfinal-Begegnungen auf einen Blick Bayerns Marketing-Verantwortung Andreas Jung sagte. Er wissen nichts von der glücklichen Auslosung, teilte sofort Arsenal FC mit nach der Auslosung bei Sky, der Spitzenreiter der Premier League ist angekommen. Das will schon etwas heißen. Der BVB trifft auf Atletico Madrid. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bezeichnete den Madrilenen als großartigen Spieler, ergänzte er gegenüber Sky. Dass wir zuerst auswärts spielen, ist akzeptabel. Ist die Champions League der Traum eines jeden deutschen Fans? BVB-Trainer Watzke denkt bereits an Rache durch die Auslosung war klar. Dass Bayern und Dortmund frühestens im Finale aufeinander treffen könnten, doch Watzke sagte über den Traum eines jeden deutschen Fußball-Fans, es wäre großartig. Wieder gegen Bayern zu spielen. Wembley als Rache. Erzählt. 2013 spielten die beiden deutschen Giganten das Finale der Premier League im Wembley-Stadion. Das Finale wird 2024 im Wembley-Stadion ausgetragen. Die Bayern siegten damals mit 2 zu 1. Hier können Sie die Champions League-Auslosung live im TV und Streaming verfolgen. Aktualisiert vom 15. Die Auslosung des Viertelfinals der Champions League in New York beginnt in etwa einer Stunde. März, 10.44 Uhr, es wird ernst. März, 8.18 Uhr, die Spannungen sind hoch. Aktualisiert vom 15. Wir sind im Live-Dicker. In 4 Stunden beginnt die Auslosung des Champions League-Viertelfinals. Aus deutscher Sicht sind der FC Bayern München und Borussia Dortmund immer noch internationale Spieler. Auch in der Europa League hat Bayer Leverkusen das Viertelfinale erreicht, wo heute die Auslosung der Viertelfinals stattfindet. Erstmeldung vom 13. März, 11.29 Uhr, der Blick richtet sich erneut auf die Schweiz. Die Auslosung dort wird das Viertelfinale der UEFA Champions League ausgetragen. Hier erklären wir Ihnen, wo und wie Sie die Lotte-Ergebnisse live im TV oder Streaming verfolgen können. CL Viertelfinal-Auslosung, großes Duell schon im Vorfeld garantiert Hammergegner oder glückslos? Diese Frage wird am frühen Freitagnachmittag beantwortet, wenn die Auslosung des Viertelfinals der Champions League stattfindet. Schon vor der Auslosung war klar, dass es unter den ersten acht große Konkurrenz geben würde. Beispielsweise könnte der FC Bayern München gegen Real Madrid, Manchester City oder Paris Saint-Germain antreten. Folgende Teams qualifizieren sich, CL-Auslosung am Freitag, zunächst Viertelfinale, dann Halbfinale, die quasi ihre Viertelfinalgegner wären. Nach dieser Runde gibt es keine Einschränkungen mehr. Das bedeutet, dass zwei Mannschaften aus demselben Land gegeneinander spielen können. Es besteht auch die Möglichkeit, dass die Gegner aus der Vorliga nach dem Viertelfinale erneut gegeneinander antreten. Beide Szenarien wurden im Achtelfinale ausgeschlossen. Nach der Viertelfinal-Auslosung wird auch direkt entschieden, welche Teams im Halbfinale gegeneinander antreten. Daher wird es nach Abschluss der Viertelfinal-Runde keine gesonderte Auslosung für das Halbfinale geben.